Dafür dass das so ein scheiß Auto ist, hat das eine echt gute Soundanlage. Keksi, du liebst es nicht. Also in dem Auto, wo ich mitgefahren bin, du hast den Bass hochgeschraubt, du hast kein Boom Boom gehört, du hast... Die sind fast verreckt, die Boxen. Wohin, wohin? Die Boxen sind einfach kurz vorm... im Minimum gewesen, die sind... nee! Ähm, yo! Ja, ein bisschen spät abgesprungen, hab ich gehört. Ja, nicht das, sondern eher... ähm... ja... fuck, Alter, ich war fast nicht auf perfekten Richtlinien. Hallo. Hallo. Das ist irgendwie so ein komischer... Juten war da. Hier gehst du irgendwie entlang. Alles, ne? Denkst dir nichts Böses, dabei auf einmal stehen da so sechs, sieben Leute. Na gut, ey. Du denkst dann nur so hoch. Alles klar. Surprise, motherfucker. Ja, nicht nur dat. Ich hab ne Schnipper. Ja, ich hab ne Schnipper. Nein, in die Olga. Und ich hab ne Rockronade. Ja, ich hab ne Sniper und Raketen, ja, von Digga, jetzt kannst du losgehen. Ey, jetzt zieht richtig die DLC war. Ey, komm mal ne, auch nicht. Ich hab die Aufnahme noch, wie du daran fast verreckt bist, Tim. Ich? Ja, als VGTA-Gespieler. Ich geh hier gleich richtig. Boah, jetzt track 9000. Hey, ich hab die ganzen alten Aufnahme. Aber leider haben die. Ich weiß noch, was es so hieß. Ja, lass meinen YouTube-Channel aufmachen. Ja. Ich kümmere mich drum. Hätte ich auch Motivation bei der gehabt, ich hätte den scheiß gemacht. Ja, irgendwie. Also sowohl keine Motivation. Die hat ja auch heute vorgelegt. Digga, ich hatte zwei Videos fertig geschnitten, Digga. Wusste ich, dass du das... Ich hab das dann vergessen zu rendern, sondern einfach nur als Ding gespeichert. Und irgendwann hab ich die Datei verloren, alle die sind einfach zu klären. Aber ich hab's richtig gut geschnitten gehabt. Eins hab ich sogar noch, aber auch nur ein Teil davon. Ah, perfekt. Na Digga, und heute mach ich das zum Beruf, Alter. Und ich kann's immer noch nicht. Ja, da auf dem Haus sind wieder welche, irgendwo rumdümpeln. Wie so Fliegenfänger. Obwohl, kann ich nicht. Gut, sonst hätte ich den Job nicht, oder, Kiezi? Was merk ich denn, diese Schnauhe? Ich wollte mal hier. Ah, das... Ich bin eigentlich recht stabil, würd ich sagen. Sehr aufmerksam. Verpiss dich doch! Mach die One-Shot, die du mir gegeben hast. Weiß ich nicht. Ich bin jetzt halbseitig aus dem Snipe. Ich bin jetzt halt... Oh, oh, fuck! Auf dem anderen, das ist einer und einer. Beleb mich wieder, Mann! Hallo! Ich rede mit dir da vorne! Ach, was ist mir? Ne, ich hab grad Arbeit. Ich glaube, uns pusht gerade einer. Gerade einer, glaube ich, runter gehüpft. Ja, da kommt einer. Da kommt einer, da kommt einer. Durchs Fenster. Ja, da ist einer. Hab ihn! Hab ihn! Ich auch! Hab ihn, äh... Hab ich ihn jetzt? Ne, natürlich. Ne, ne, der treibt wieder. Kippt doch gar nicht! Was ist er da? Ich möchte keine Hände ficken. Hast du mir jetzt gerade ernsthaft meinen Kick geklaut? Ähm... Ja, kann man sich jetzt sogar streiten. Ich würde aber nein sagen. Wenn ich ihn wegge... Da unten rennt einer. Wow, 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 wow! Hinter mir! Alter, wie so ein hässlicher Käfer kommt er die Treppe hoch und geht hier wieder runter. Das will ich nicht mehr machen! Jenga, du hast den Kill doch gekriegt! Echt? Jaaaa! Ich hab's ihn nur... Ey, guck meine Weste nicht so lange an. Ja, Karma. Egal. Einfach Karma. Jo, weißt du, so ein Anti-Made, alter kann mich nicht mehr wiederholen. Hä, ich hab da jemanden verletzt? Ihr habt gesagt, das wird ein schöner Ausflug. Von wegen! Hört sie auch. Familienurlaub und so. Von wegen! Hier rennt irgendwo so einer rum. So an. Das wird ein ganzer Spaß für Familie. Sieht die? Ach, geil, Alter. Digga, was geht denn jetzt schon wieder in der Bude ab? Ja, irgendeiner hat mir auch die ganze Bude geklacht. Aaaaaaah! Warte! Ja, das könnte dauern. Der haut mich, der Affe. Alter, ich dem Tee so das linke Ei lang. Digga! Der hat mich wegge... Der Medusa. Keine Ahnung. Er könnte irgendwo rum mit seiner Hässe im Stoß runter und denkt, er ist King. Au! Au! Oh nein! Habe ihn! Habe ihn! Habe ihn! Habe ihn! Habe ihn! Wer? Warum bin ich einer? Warum bin ich einer, Alter? Ich will dich wiederbeleben. Was passiert, Alter? Mann, die Fresse! Nee! Nein! Nee! Nein! Ja, ich nehme die, Alter. Ich will dich wiederbeleben. Ja, ich will dich wiederbeleben. Was passiert? Das lebt einfach gar nicht! Er schlägt mich einfach zusammen und er so, yo, alles klar, Alter, ich hab ihn! Herrlich. Ey, Digga! Du brauchst keine Feinde mehr, wenn du so ein Team weiterfst. Halt die Fresse, du Sposten hier, Alter. Digga, du kannst mich in Ruhe zusammenschlagen! Du guckst da raus und Augenwinkelst du! Ja, ja, richtig! Manchmal machst du's auch gut verdient! Du scheiß Quadratschädel! It's the morning! Also, ich hab diese Runde gelernt, dass man erst sagen soll, dass man den Gegner hat, bevor man ihn tötet. Ich seh' ins Loch nicht! Mann! Nicht gern! Oder auch größte Aussage! Ich find's Loch nicht! Ja, Digga, probier mal die E-Zigarette aufzufüllen und du siehst das Loch nicht! Digga, richtig erlebbar, blödding! Ich kann mich noch an so'n Vollspacken erinnern, der... Da war ich nicht so ganz sicher! Da waren wir irgendwo in der City! Ja, stimmt! Da waren wir in Osnabendung! Ja! Und dann so'n Yo, Digga, ich hab einfach alles in meiner Unterrode vergessen! Könnt's verhauen! Aber... Aber einfach für sich alles! Wunder, dass du die Unterrode selber noch anhattest! Haha! So geil, weißt du? Das ist ja nicht so gut! Naja, die probierte so die Dünste nicht bei der Erechnerin! So wie ich mich beschwissen... Ich hab'n ja jetzt... Ha! Genug aufgewärmt! Bereithalten für den Einsatz im Krieg! Ne, der will ins Wasser springen! Der will den Suizid vergehen! Der arme Junge. Ähh, da... Ich konnte ihn leider nicht mehr rechtzeitig erschießen. So, jetzt lass mal hier die... die Olga richtig... Weißt du, man geht's ja an einer Hase, weißt du, man geht mal so zweimal verfügt wieder ein, was war's denn? Ich weiß auch noch, als wir beim Megas standen und ich rieche auf einmal Rauch in meinem Auto, ich fäll mich um. Ah, fängt der Typ einfach an zu rauchen. Entweder da, oder wieder dahin. Es tut dieses Kippe an, weil es nicht guckt, ihn zu uns und sein Geld. Ok, da ist einer gelandet, da landen zwei. Ich schwör, ich war so salzig. Ich bekle Hilfe! Oh mein Junge. Vor allen Dingen die Stellung aufgegeben und einfach weggefahren. Hab ich den ein wenigstens? Neee! Kannst du dich da nicht mehr dran erinnern? Hä, warum sind wir denn einfach weggefahren? Ich hab doch einfach aufs Gas gedrückt und bin weggefahren. Dann ist mir aufgefallen, fuck man, ich hab noch Essen bestellt. Also so haben wir dann nicht nochmal in eine Runde gedreht und haben uns einfach wieder so hingestellt, als wäre nichts gewesen. Ich bin rückwärts gefahren. Es waren schon wilde Ferien für dich, was? Ja, teure. Aber jetzt weiß ich, wie sich ein Taxifahrer fühlt. Ich hab runtergedroppt. Oh, ich hab eine Frau getötet. Ich hab Lucia getötet. Schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Ähm. War belastend. Excuse me? Ich wollt die Frau gar nicht töten. Ich dachte, das ist einer von euch. Digga, ich kann mich nicht bewegen. Ja, du bist einfach... Ähm. What the hell? Nee, nee, ich bin der Ferendenkladung. Ich kann mich nicht bewegen. Das ist kaputt. Du bist halt auch einfach wieder selten wie Emil. Du Fotze, Alter. Was kannst du eigentlich? Ich komm mich nicht bewegen. Ja, behindert bist du. Ich sag, dass du mir deine Pferden lenkt. Was machst du denn, Alter? Du Koks gesoffen. Du warst nicht so schnell. Kann mich mal jemand wiederholen? Ich stehe direkt neben dir und hol dich hoch, du Butterbirne. Digga, was ist denn das für eine scheiß Ferendenkladung? Hey Leute, da oben steht einer. Ah, jetzt ist er weg. Oh, jetzt wird einer von unseren Männern gesucht. Ohrenhaft. Wie Keksi, du willst nach zwei Monaten wieder anfangen mit Streaming oder was? Nein, das kam von Dings gerade. Von Shorty hat das geschrieben. Oh, hier ist eine Drohung. Ich schmeiße gleich meine Pizzeron, Alter. Da ist deine Ausrüstungslieberung. Der Feind näher sich. Unten ist einer drin. Oh. Ein Kollege von Exitus. Hello there. Wuh! Schatten. Hi ihr Fotzen. Was geht? Die Drohne über uns. Gut. Hey, ich war nicht. Ach du, ich sehe sie. Butterfuck, 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 du Fotzen! Nein, nein! Halleluja! Oh, f*** mich hart, Mann. Noch mal später, was? Nein, ich wurde von irgendwoher abgeschossen, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Alter, ich hatte gerade drei wunderschöne Schilder drin. Der hat mir jetzt gerade alle drei weggeballert. Da oben gibt es einer zwischen den Gängen. Ey, hört mal auf hier rumzuschnippern. Die Pizzerne. Überleg mir das. Desen, bei der Bedeutung. Poppe, die Pizzerne ist ein paar Minuten. Der hat sich neben ihnen zu beenden.